Puff, puff! Puff, puff! Puff, puff! Dann macht der Motor einmal, puff, puff, puff und dann... Wie macht's denn? Junge, du hast doch einen anderen Spiegel im Schlafzimmer. Ich mach immer meine Haare da. Ich geh jetzt nicht wo, dass meine Haare machen. Nein, du hast mich nicht verstanden. Ich erwarte von dir eigentlich nur, dass du mich meine Arbeit und meine Kunst einfach freien Lauf lässt, dass ich... Ja, siehst du, das Problem ist, du darfst und ich dann da, und dann, wenn ich was sage, kommt von dir und Gehleck, nur Junge, was redest du denn? Wenn du mit Geld würdest, dann geh leck den Glauben.